Javier Pastore steht nach sieben Jahren bei Paris Saint-Germain vor einem Wechsel zum italienischen Fußball-Traditionsverein As-Rom. Der 29 Jahre alte Offensivspieler aus Argentinien reiste bereits in die italienische Hauptstadt und zeigte sich mit Gioros Jechal vor Fans. Das war auf Fotos zu sehen, die der Champions-League-Halbfinalist via Twitter und auf seiner Homepage veröffentlichte. Zuletzt wurde geschätzt, dass Pastore Paris eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro einbringen könnte. Der französische Meister steht unter Druck, Geld durch Transfers einzunehmen. Medien berichten zufolge muss der neue Klub von Thomas Tuchel zur Erfüllung des Financial Fair Play bis zum 30. Juni zwischen 40 und 60 Millionen Euro einnehmen. Nach den Regeln darf ein Verein nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Punkt. PSG sorgte vor allem im vorigen Sommer mit den Rekordverpflichtungen des Brasilianers Neymar 222 Millionen FC Barcelona und von Kylian Mbappé 180 Millionen AS Monaco für Aufsehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Abon file ist beim nächsten Mal. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020